Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer zum Battle Mages. Sign of Darkness. Ja. Wir haben nur noch eine Kampagne vor uns, also in der letzten Folge, unter der letzten Aufnahmesession, haben wir das... Der Ork-Kahanath, nicht das Ork-Kahanath, abgeschlossen. Und stehen jetzt vor der letzten Kampagne, der große Krieg. Also noch einmal, vier Missionen. So, und da starten wir rein. Der große Krieg. Von den imperialen Grenzen kommen alarmierende Neuigkeiten. Speer sind in den Elfenwäldern verschwunden. Krieg liegt in der Luft. An den weit entfernten... An der weit entfernten... Was jetzt? An den weit entfernten Grenzen. Also entweder fehlt da das N, oder das hier ist... Soll der heißen. Ich glaube aber, da fehlt das N. Also an den weit entfernten Grenzen. Starten wir und gucken uns die Cutscene an. Die schönste Welt der Dänemore war ein Haus für viele Räste. Jeder findet, was sie dort suchen. Aber die stolzigen Elfen pingen für ihre Hauswelt. Es beckon sie wie eine starre Distanz. Und sie kamen zu ihnen in ihre Tränen. Die König der Elfen-Kirch nicht mehr... Die König der Elfen-Kirch nicht mehr... Die Hoffnung von ihnen zurückgekommen, die ihr Hauswelt nach ihrem Haus... Anstatt sie sie zu den Krieg gegen die Menschen. Die Eliten der Elfen-Kirch nicht mehr... Ja, Alisa, eine Absolventin der Akademie der Magie, ist mit ihrem ersten Auftrag zur Grenze des Imperiums aufgebrochen. Okay, wir spielen jetzt eine weibliche Magierin, mal was anderes. Ich werde die Nachrichten machen, um die Nachrichten zu machen. Wir servieren das Empire! Aha! Und unterwegs ist eine Hütte, sieht nach einem Ork-Gebäude aus, also hier ist ein Goblin-Ding, Mensch, Mensch und eine Hütte. Wir starten mit Chaos-Zaubern, mal sehen, was ist die zweite Schule, die sie lernt. Das Feuer in eurer Seele zieht die Kreaturen des Chaos an und eure innere Kraft macht sie zu euren Sklaven. Die Naturmagie beherrscht ihr ebenfalls recht gut. Also Chaos und Naturmagie. Naturmagie. Naturmagie lernen wir dann später wahrscheinlich. Ich werde sie ausgewogen spielen, anders als die Orks. Also, wir starten mit fünf Führerschaft, das heißt zwei Punkte in Diplomatie. Dass wir auf sieben kommen, da können wir nämlich einen zweiten Trupp Nahkämpfer haben. Haben einen Trupp Fernkämpfer und Magier, so ist der Plan. Dann, Kampffähigkeit auf drei, Magische Kräfte werde ich auf drei bringen und Wissen auf zwei. Dann haben wir 400 Mana. Hier werde ich dann eben die Punkte in Beschützer und Koordinator stecken. Hier werde ich die Punkte wieder hier in die drei Sachen packen. Hier oben hauptsächlich in mehr Schaden und Schnellzauberegeneration. Und hier gucken wir mal. Wahrscheinlich ein Punkt in Mentor. Mal gucken. Das überlege ich mir noch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall losmarschieren. Ich glaube, ich mache erstmal einen Abstecher zu der Hütte, weil die so schön auf dem Weg liegt. Wir wissen nicht. Finde das! Ja, Herr. Vorwärts! Wie viele Beeren kommen da noch raus? Einer? Ja. Finde das! Finde das, Herr. Ja. 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 So, das war schon mal unsere erste Feuerprobe. Wir sind fast da. Gut. Gut. Oh, ihr große Vorrocks, die könnten schon etwas gefährlicher werden. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Vor allem, das sind ein paar große Vorrocks hier. Wir sind fast da. Äh, sie kommen auch alle auf einmal. Happy to serve? Catch this! Äh, 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 äh. Also, große Vorrocks sind eher ein Problem. Also können wir erstmal nicht zu der Hütte. Wir sind fast da. We serve the Empire. We serve the Empire. Go where? Well, we don't know. Lasst euch nicht umbringen. Au. Sag mal, wie weit haben die Vorrocks... Laufen diese Vorrocks? Okay, sie hören auf. Kurt. We're almost there. Äh, große Höhen und... Well, we don't know. We're almost there. Aim! We serve the Empire. More! Go where? Und ja, ich sollte vielleicht noch Eile rein. Ich merke nämlich gerade, wir haben ja... Äh, mehr... Fähigkeiten. Yes, sir. Oh, große Höhenmonster. Good. That's all. You're a dead man. Catch this. Kill whom? Well, we don't know. Catch this. We serve the Empire. Go where? Okay, ich lass die Höhlen mal. Daneben ist noch eine Wolfsgrube. Okay. Fängt gut an. Fängt sehr gut an. We're almost there. Noch einen Energieknoten. Ah, und hier... ...ist auch was. ...wachtturm, okay. Aha. Imperiale Garnison, aber zu denen sind wir ja unterwegs. Gut. Ich frag mich gerade, dieser Energieknoten, wird der wirklich von Tieren bewacht? Ha! Ha! Happy to serve. Das werden wir gleich sehen. Nein, wird er nicht. Okay. Also ja, meine Schwertkämpfer sind jetzt angeschlagen bis zum geht-nicht-mehr. Und die brauchen einen Titan-Panzer aus dem Energieknoten. Yay! Ich bin gut an. Okay. 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 I've come to serve the Empire. I'm awaiting your command. I wasn't expecting to see a woman at the front line. We need all the warriors we can get. I want to defend my land along with men. I'll prove I'm as good a warrior as they are, if not better. That's the spirit. Our mission is to guard the border and watch out for elves who try to cross it. The Beacons will light up when the enemy comes close. Your task is to supply the watchtowers with food and weapons. Yes, sir. Okay. Oh, wir kriegen sogar extra Gold. Gut, dann kann ich ja hier einen Zauberkundigen holen. Und kann euch mal, äh, nachfüllen. Erster Wachtturm. Ja. Oh. Die sind schon mal ziemlich teuer. Aber jetzt haben wir eine Kampftruppe. Mit der wir was anfangen können. Okay. Okay. Ich sollte gleich meine Kampffähigkeit steigern und die beiden Sachen. Go where? Uh-huh. We're almost there. Das heißt, der zweite Wachtturm, den ich versorgen muss, ist wahrscheinlich da oben auf der Hügelkuppe. Oder wie? Na, hier ist ein Dorf. In dem nichts ist. Goblinminen sind hier. Ach, da ist der zweite Wachtturm. Okay. Good. We're almost there. Well, we don't know. Also, ja. Good. Vor dem Knoten hier halte ich mich mal eine Weile fern. Well, we don't know. Und das hier scheint wohl die Grenze zu sein. Yes, sir.